Überraschender Test Tiefkühl-Gemüse-Pizza überzeugt im Geschmackstest In einem Test von Tiefkühlpizzen mit Gemüsebelag wurde ein überraschendes Ergebnis erzielt. Die meisten der getesteten Produkte schnitten deutlich besser ab als erwartet. Die Tester lobten vor allem die frische und knackige Gemüsequalität sowie den authentischen Geschmack der Pizzen. Besonders positiv fielen die Pizzen auf, die mit einer Vielzahl von Gemüsesorten belegt waren, wie zum Beispiel Paprika, Zucchini, Tomaten und Pilzen. Diese Pizzen überzeugten nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch durch ihre bunte und ansprechende Optik. Auch die Teigqualität wurde gelobt, da er knusprig und lecker war. Die Pizzen ließen sich einfach zubereiten und waren innerhalb kurzer Zeit fertig. Insgesamt zeigte der Test, dass Tiefkühlpizzen mit Gemüsebelag eine gute Alternative zu herkömmlichen Pizzen mit Fleisch oder Salami sein können. Sie sind nicht nur gesünder, sondern auch genauso lecker und vielfältig im Geschmack. Wer also auf der Suche nach einer leckeren und gesunden Pizza ist, sollte definitiv zu einer Gemüsepizza greifen. Was soll sich dieministration? Das ist eine kleine quantitativees 봐stet.